In dem eigentlichen Video muss ich euch ganz kurz noch sagen Leute, dieser Mitspieler, der heute mit dabei war, seine Stimme wurde heute verzerrt von mir. Er wollte, dass nicht seine Stimme auf YouTube ist, aber er wollte unbedingt mit dabei sein und da habe ich ihm das Angebot gemacht, dass ich seine Stimme einfach verzerren werde und dann ist alles auch perfekt. Also Leute, nicht wundern und jetzt würde ich sagen, viel Spaß ist mit dem Video und ich würde sagen, let's go! Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zu meinem nächsten Video Leute, wir sind wieder auf Mainzer.net, mit dabei ist der liebe Oliver. Hallo! Genau Leute, wir spielen heute Badwurst 1 vs 1 gegen ihn und ich würde sagen, wir legen jetzt sofort los und ich würde sagen, let's go! So Leute, wir sind jetzt in der ersten Runde drin, ähm, du bist jetzt dein erstes Mal bei meiner Aufnahme mit dabei. Willst du mir so über, als ich erzählen werde, dass du genau bist und so? Ja, Oliver. Ja, ähm, Leute, ähm, der liebe Oliver, ähm, möchte gerne seine Stimme verzerrt werden, also nicht wundern, warum die Stimme verzerrt ist. Er möchte, weil, einfach so, gegen ihn zu spielen und er aber nicht reden tut. Das finde ich ein bisschen, äh, blöd und darum habe ich dir ja ein Angebot gemacht, ich einfach deine Stimme verzerren tue. Das ist ja alles okay bei dir dann, stimmt's? ja alles gut passt genau also leute nicht so wundern und ja stecken wir mal das läuft dann auch alles perfekt zu dir eine frage bist du gut oder schlecht soll ich ehrlich sein ja eigentlich kommt immer drauf an das ganze so alles verbauern also bist du peuchy da ist ja noch fast wird schon das war nicht alles weil wenn du alles kannst da kannst du sich ja so zu sagen mit peuchy anlegen oder mit dem checker da kommen jetzt runter kommen oh mein gott was scheiße das war so schlecht von mir gerade menschlich gesehen ziemlich abstoßen oh mein gott erste runde wieder ich weiß nicht die erste runde reisen tour oh mein gott weg mit dir hey das war ja aber gerade richtig schnell wieder weil mein bett warst oh mein gott ja ich bin hab wieder die abkürt vom weg genommen okay wie alt bist du noch mal so so stimmt ja genau jetzt werden wir dich einfach mal holen wie lange spielst du eigentlich von Minecraft wenn ich fragen darf so ein paar bisschen ablenkungen fragen früher warst waren es die server nein ich bin auch so blöd okay tt schnell ne runde okay ähm zweite runde komm her so leute ich würde sagen zweite runde die erste runde habe ich aus dummer weise verfehlt aber ich denke mir mal die zweite runde werde ich jetzt versuchen ich die schaffen tue und ja ähm denkst du du diese runde schaffen tust ja wie die gerade ja ähm aber ich mag die map nicht okay er machen wir mit eisen oder ohne eisen ist deine auswahl deine entscheidung du kannst gerne aus du kannst gerne auswählen wenn du willst also ich mache ohne okay dann mache ich auch ohne okay okay ähm ich denke mir mal hohe stacken ist alles perfekt wenn wir hohe stacken nein das wäre jetzt eh wie zu spät ja ich habe es zum beispiel gestern in dem video total verhauen ne da habe ich wirklich geschlafen der eine schreibt so zu mir so ähm bitte nicht hohe stacken und dann stack ich mich doch hoch in der tat so ich bin peuchy sein vater was ist damit ich bin peuchy sein papa deswegen bin ich auch so gut oder auch nicht na so gut bist du ja auch wieder nicht leider nicht okay ich bin gestorben so ich hatte dich voll an wie du beleidigungen bist du aber das kannst du eigentlich verklickern alles so ähm boah wenn ich das alles aufzähl du hast gerade ein bisschen geleckt auf dem teamspiel gerade ähm also ich kann abusen dann mausabuse one click ich kann nur ähm oh mein gott was war das denn gerade ich kann ich tue auf jeden fall nur ganz schnell klicken ähm ich kenne mich ja nicht so gut aus ich weiß nicht den namen davon kann es sein dass du dumm bist oder sowas oder nein nein weg mit dir weg weg mit dir nein oh mein gott die färzen hast du noch pack dich bitte oh junge 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 du bist so hart alter okay ähm ich würde sagen dritte runde so leute ich bin jetzt endlich auf der map zeit ähm die map mag ich auf jeden fall mehr stecken wir mal jetzt wird es meine runde werden aber ich weiß es nicht ähm weil du bist auf jeden fall besser ähm ich versuche aber trotzdem jetzt noch mal ähm die 100 prozent zu geben ähm nein doch und ich fahr schon wieder runter was mir gerade so auffällt ähm man stoppt jetzt nur noch einmal den bug haben sie endlich beworben den bug haben sie beworben du weißt doch den der bug ähm im chat ähm man hat doch jetzt die letzten tage immer ähm dreimal gestorben ist man doch auf meistert immer bald bei etwas jetzt stoppst du wieder nur ganz äh ganz normal wie äh nur einmal im chat die nachricht wenn du sterben tust es ist mal wieder mein sucht hier klick wieder unter der map hä warum kann wolf schreiten ich stecke ich wurde gekickt wegen hacking hä guckt der gerade zu hä mann wo war ich unter ich hab im blog gewagt ja hä okay hä du wurdest vor hacks gekickt gerade warte hast du dann vielleicht ein bisschen hackleins drinnen was okay ja da würde ich auf jeden Fall sagen ähm da gibt es vielleicht noch mal eine wiederholung oder so ähm nur heute nicht weil die aufnahme ist schon ähm schon mal 8 minuten und das wäre Spaß wenn wir noch eine neue runde beginnen und ja 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 Leute hoffentlich hat das Video gefallen wenn du hast doch gerne mal ein Like da ähm ich muss echt noch mal ganz kurz was zum Schluss ansagen ähm du warst dein letztes Mal ja in der Aufnahme bei mir da ähm wo ich ja gegen dich wenden einfach so wenden gesucht habe ähm wo ich ja da ähm so behauptet habe du lädtig bist oder nicht ähm das waren ja auch schon spannende Runden ne und ja heute war es ja auch spannende Runden ne und ja ähm ich war heute einfach nur am verlieren das liegt einfach daran weil ich zur Zeit einfach nur Badvers spiele wenn ich aufnehme ich spiele einfach kein Badvers mehr so privat so also schon aber nicht so viel und ja ähm wer Bock hat folgt mir gerne bei Twitter Instagram abonniert gerne mein Kanal auf Youtube da tun wir noch mal eine Armee beitreten Hashtag 6x7Armee willst du noch irgendwas sagen zum Schluss? machst du Youtube oder so? ok ähm ok da würde ich auf jeden Fall sagen habt es noch nicht hinter machts gut bleibt gut hallo das ist wenn du noch mal Battery n w übrigens im 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 Untertitelung des ZDF, 2020